So also wieder zurück bei der Vrede in der ersten Etappe und da geht's auch schon Hey ihr müsst nicht gleich mich anschließen nur weil ich hier raus möchte ja mal keine jüdische Hass das ist das Pflichtprogramm ja nee wieso hey so hier kommt man wieder dann durch die Clowns was Boom oder war hey ich hab dich doch untergeschlagen Mann soll denn das nur ms-verschläge aber mit wo ist der Klau und der Klaus-Tot zu guter Geld oder kommen ein so ein bisschen schwer zu töten mit dem sich weiter übrigens es gibt tatsächlich die einen Clown Folge bei der ersten Staffel die G6-Extremium Clowns das ist glaube ich hier sind doch wir haben ja komplette erste Staffel durchgeguckt ja dann hast du irgendwie eine Folge verpasst weil dir gibt es nämlich eine Folge nur mit Clowns glaub mir ja dann halt zweiten Staffel dann meine ich genau die hey cool ne Granate hey cool verdammt warum habe ich kein Medipack dabei warte mal ich muss noch mein Ding holen äh mein Medipack weiß jemand was man abschießen muss ja irgendwie Banditin warte ich komme gleich und guck's mir an warte die müssen auch schnell an Medipack holen das hab ich vergessen wenn noch ein Star liegt ich hoffe es liegt ein Star wetten das Ding ist jetzt zu und ich kann sie nicht mehr also kann ich den Schussraum doch kann ich toll na gut den Defi nehme ich auch gern mit bestimmt auch ganz praktisch da steht die da vorne sind dust es wieder rum warum habe ich nicht gleich Munition nachgeladen oh man ich glaube Alice kämpft sich grad hier durch während ihr hier Mini-Spiel spielt ich glaube die blaue ist natürlich er steht neben mir während ich Mini-Spiel spielt achso das ist Felix der mal wieder her alles aufwühlt ne du alter Sau ey fuckl da das ab ey ist vorbei du hast 420 Punkte Mann bist du schlecht ich hätte bestimmt 100.000 gehabt man schon bevor ich spielen würde jetzt eigentlich auf die Schnauze ja das lässt sich bestimmt einrichten wenn ihr 10 Tage hier bist ja ja kein Stress man kein Stress ich wollte schon dabei wow was komm ich mit dem Tank oh geh weg wir sollten Alice öfter ein Scharfschützengewehr kriegen er reißt wirklich viel grave das ist aber ganz schön nah für den Jockey du kleine Mistzau wow 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 hey 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 Danke die Wiese wie zum Pferd hier Leute wie kriegst du denn da guck mich mal die Hand her achso der ist aber ich nicht mehr da na lass mich das mal machen mit dem Nerven zack schon ist es weg hey du auch hey hier liegt Messer rum hier liegt Messer rum hier liegt Messer rum Brandmoni 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 nee Sprengladung ich stell's mal auf blups wendet jetzt nicht weiter hey was geht denn hier draußen ab Party ohne dich cool hey wieso ohne mich boom weil du zu langsam bist mom da wirst du nächst uah splitter 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 heiß 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 aua und wer nicht drin ich seh nix mach die Augen auf man nein joh wo ist das bitte denn er ist tot er ist aus dem Mann das ist das sollte man tun wenn man so ein Vieh vor sich hat töten hey nicken antworten er ist das ein geiles Ding zwischen mir die Geld 2 ach das ist die 3 extra 0 diese wie die Waffe lecker durch das ist verpasst ist es ist ja es gibt auch die Medikamente wohl es gab vor kurzem ein Update vielleicht ist es da nicht Leute das hat eine übel Durchschnittsfähigkeit Alter, damit kann man nichts weg, um mich auf einmal zu fetzen hier Lass mit Felix Ok, Leck Dann hast du mir das Geld offen gelassen, oder so Nein, ich hab gar nichts Ich hab alles zugemacht, nur der Verdächtnis auch Hehehe Wow, ich hab irgendwo einen Daumen Nächstes ist es, oh, da ist es wieder Oh verdammt, ich muss nachladen Ich krieg noch, irgendwann, da ist er Geht doch mal Entschuldigung, manchmal bewegt er sich Geht doch Ja, aber Mag nicht Das war knapp Ups Wo kommt das Feuer her? Er war da eben noch Ich hab den Charter mit der Achse Ja, und ich hab nochmal drauf geschossen Weil ich dachte, er wäre noch nicht tot Passiert Ey, ich bin auch schon wie so gut die Tod Ah, verdammt, ich dachte, das Feuer wäre weg Ah, so im Köln Oh, 3 an der Reihe Booyah Das ist mit meinem Bowling hier, da kann man nichts Zack Zack Ideofen Wo keins mehr ist Und bei dir auch Booyah 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 Hey, was soll das? Na, wie geht's bei dir? Zack, wo ist eigentlich schwierig schon wieder? Ach, da trest du mir wieder am anderen Ende der Kraterung, natürlich Wo auch sonst? Ist irgendwo ein Jockey Der ihn wahrscheinlich grad belästigt Ah, ne, er wird grad von Zombies belästigt Der Jockey kommt hinter uns Echt? Wir haben noch nicht gesehen Hey, ne Fläschchen Ja, ja, irgendwo da hinten Chiriki Aber wo war hier auch noch so ein Kotzvieh? Ja, ne, das hab ich schon getötet Hey, schmiede Brandmonie, Alter, wie viel gibt's denn hier davon? Ich hab hier Schrot Ohne mal Jetzt, Brandmonie, ich setz schon auf Sie hängt auf den Tisch Zack Booyah Booyah Wir reden ja weil schon Ich hab doch Das hol ich mich ض whats unsteilbedingst Neuerdings doch neuerdings seit mehreren in coming ja ich mache hier die Küche klar also kommt doch einfach hier rein und wir schlachten sie hier drin, brauchen wir nicht unsere auch, Felix, ist mal wieder leider ja ich fahr gerade, äh, rausgegangen und dreh mich um und dann fahren sie alle vor mir du sollst mal das nicht, hast du schon genommen? gut hier ist eine Witch ja die ist gleich nicht mehr da wo ist sie denn überhaupt heulich ja ich guck gerade um die Ecken hier ist er auch nicht hier sind Gewehre uuuuuh das ist für mich ja, vielleicht ist doch irgendwo auf dem Dach die kleine Schlampe also ich höre sie in deinem Zaun, glaube ich da oben auf dem Dach sind ein paar Leute ich guck mal in den Zaun ja das kann tatsächlich sein, wenn wir die Rutsche hier runter kommen dass die da, oh da ist ein Hunter ah, die hatte ich schon mal nicht ok, lass mal weiter gehen äh, hör mal auf, weil, kann mir vorstellen wo sie sitzen so, äh, seid ihr schon in dem Raum drin ich bin zu dir zurücklaufen ja, ja, ne, ne, ich meine grad fehlt und so weiter ganze Truppe oh, ich jetzt pilg und Moni sehr schön, Moni ist aber gut ähm, wo man du nicht du kriegst nicht wirklich ähm, oh nein, muss jetzt hochkleidern Hallöchen ah, ich schlafe mich jetzt auch mal durch hier den will ich Entschuldigung, oh, da sind auf dem Dach einige was denn es kommt noch her hier, hallo, ich will auch meinen töten hey, sind noch mal Waffen drin eine AK Wollt ihr mal hier hochkommen? was in Getaue? ja wow 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 du so Dominic halt du wirst'ch das du du wirst'ch noch nicht runterrutschen in der wieso hier wir das 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 da but dass die da an der Ecke steht wartet wartet wow noch andere Viecher an welcher Ecke nach vorne an der Heuseecke das bewegt sich so komisch lass uns bitte ja wow die können ganz schön weit spucken die Viecher ist schon ziemlich eklig die steht ah die ist hier in der Ecke wow verdammt die an die Runde runterrutschen ok du gehst aber voll drauf zu ne was wo ist ein Boomer der Typ schreibt dir irgendwas in Boomer maaa geht sie noch der getötet ich weiß nicht ob ich hier getötet hab aber hab wir auf jeden Fall ein paar Kugeln mit der Schrot verpasst hattest du ne vollautomatische oder keine ich hab ne vollautomatische ah siehste war ein Boomer ich dachte das wär schlimmer um die Fräulein ist so groß gehört und dachte nur noch ein paar Jahre so wo jetzt schon was was jetzt schon wird schon schon wieder wohl schon Bata nein nein weil ich würde ich mach Feuer 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 aber auch nicht was habe ich getan und scheiß wie auch auch aber dann wie der Tode soll sterben weiter schießen er ist tot du blödes Weib Brunnen heute das ist die ganze Militorein verballern natürlich er mag es zu ihm heilen Prozent gerade ich sag doch immer wieder wenigstens sich vorrennen hey ich habe ihn getötet Prozent Prozent aber nicht es ist ein geziel ist die Tormesser also seit wann gibt es in den Waffen das ist von Lüchen über die Beratung der Eichwister schon das wird wieder starten und machen so muss ich verraten ich halte mich stehen als es beobachte nur Bewegung hier sich nur bewegen muss sie los langweilig hat es gleich ja wof will mal jemand felix sein wie wär's denn hab nix zum heilen ich auch nicht doch ich hab nix zum heilen ich habe ein ganzes medipäck man sieht es vor allem auch in der leistung ich hätte natürlich auch so ein döschen gehabt mit leckeren ne und so was denn hier los vorne hat die existieren diese geschichte ja die sind auch schon dort so ich glaube wir müssen in dieses karussell hinein nur wo ach ja hier das geht ja gleich los wo kommen die ganzen zombies her hey nimm mich immer meine zombies weg einfach durch einen anderen dritten oh mein Gott doch die Ruhe hey cool verdammt helft mir Leute hallo 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 ich bin ich bin schon frei du kommst hier nicht oder du kommst nicht vorbei hey weil ich meine mine hey clown du bist ja lustig au das heißt ich das auf mich ballern muss felix nur weil ich glaube es lustig finde du bist also ein clown hasser ne ne felix ne quatschen clown liebhaber weil er mich ja dafür hey das ist ein liebestunnel lass doch alle in den liebestunnel gehen ähm Alice wie wessen du uns folgst aber sogar ich äh ich bin ein tolles drauf der macht doch schon ja ja eben lass uns einfach in den selten gehen lassen sie uns vergessen der hat mir das karussell aus sind dabei wo kommen denn das karussell wahrscheinlich ich hab's eingeschaltet irgendwo wow ja das war nice okay du blödes ding geht's automatisch im betrieb sobald wir in die Nähe kommen ähm geht das sieht nicht aus aua soll denn das nur ähm das ist sie immer hat oder nicht wir haben vor Ort der Wiesel Achtung wo ich leute ich probiere ich treffe ich weit kommen ja ich ich treffe auch nicht in letzter Moment hatte man die Kurzbranche macht schon Elis diese kleine Heiler Hure Ja, ich bin doch schon am Ballern, Mann. Baller, Mann. Ich bin hier an Dauerschießen, ey. Ich hab ne Sniper verflucht. Du bist hier der mit dem Gewehr. Ich hab nix mehr. Ja, warum verschießt du immer alles? Du musst dich immer ein ganz Magazin auf dem Zombie ballern. Du kannst es noch einteilen. So, machen wir jetzt mal alles. So, dann heilt mal einer. Na, Felix hier. Alles ist schon dabei. So, wir sind jetzt in den Liebestunnel. Lass uns alle in den Liebestunnel gehen. Gemeinsam in den Liebestunnel. Hey, gar keine Schlange, wie cool ist das denn? Hier ist der Schutzraum. Ja, ja, ich weiß. Hey Leute, können die einfach über den Zaun springen, das macht man nicht. Na, dann machen wir mal zu hier. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Neu!